Komm, mein Kleines. Ich warte dich nach Hause. Kelly, sieh doch. Patrick? Bist du wahnsinnig geworden, Patrick? Sagen Sie, was halten Sie von Euthanasie, Schwester? Ich denke, dass kein Mensch auf dieser Welt das Recht hat, Gott zu spielen. Er hatte eine Erektion letzte Nacht. Er ist eben auch nur ein Mensch. Er ist ebenso einen Mensch auf dieser Seite. Untertitelung des ZDF, 2020